Ja, da hatte ich dann den Auftritt in Frankfurt bei dieser einen Firma und der war grundsätzlich total gut, aber am Anfang gab es so eine schwierige Situation und die habe ich dann folgen, wie hättest du die denn gelöst? Ah, das ist cool. Ja, da kam dann dieser Vorstand auf die Bühne und dann gab es da so einen Moment, wo ich, okay. Und wie machst du das mit Gagen, wenn die Agenturen es irgendwie drücken wollen? Bist du da ganz klar? Ah, cool. Ja, nee, das ist super. Toll, finde ich super. Ja, und dann, wie gehst du damit um, wenn, wo lässt du deine Webseite programmieren? Geht es euch manchmal auch so, dass ihr als Moderator oder Moderatorin unterwegs seid und niemanden zum Reden habt, weil wir immer alleine auf irgendwelchen Bühnen stehen, in Deutschland, in Europa oder irgendwo. Und deswegen haben Nicole Krieger, Felix Heimberg und ich uns überlegt, wir machen einen Moderatorenverband. Und der nächste Tag dazu ist der 9. Dezember, wo wir uns in Berlin treffen, Moderatoren und Moderatorinnen uns gemeinsam austauschen, Netzwerken, Erfahrungen sammeln und gemeinsam uns auch coole Speaker anhören, wie Michael Rossier ist da oder Ernst Markus Thomas. Und wenn ihr vorbeikommt, würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Felix auch und Nicole natürlich auch. Liebe Grüße aus der Bahn und ich führe mal wieder weiter Selbstgespräche. Selbstgespräche.